Und er steigt und steigt und steigt. Der amerikanische Markt zumindest mal, der kennt kein Halten mehr, denn die Bewegung, die wir hier jetzt sehen, das ist der Dow Jones. YM ist das Kürzel dazu und wer sich jetzt wundert, alles drei, nein, alles vier ist der Dow Jones, nur in unterschiedlichen Zeitebenen. Das übergeordnete Bild im Wochenchart hier oben links und hier unten im 5-Minuten-Chart. Und ihr seht schon, da gibt es überhaupt kein Vertun. Es gibt keine Rücksetzer-Ideen, die der Markt hier versucht, in irgendeiner Form umzusetzen. Sag mal, weißt du das nicht, Rüdiger, der hier gesagt hat, da kommt ein Rücksetzer? Ja, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich würde einen Rücksetzer erwarten. Ob der kommt, das weiß ich auch nicht. Allerdings muss man sagen, dass es keine echten Anzeichen für einen Rücksetzer gab. Es gab keine, zumindest mal charttechnischen Versprechungen, die in diese Richtung, keine oder wenige, zumindest mal nicht auf Tagesschart, Wochenchart sowieso nicht. Auch nicht wirklich hier im 4-Stunden-Chart. Da gab es so ein bisschen was vielleicht, wo man sagen könnte, okay, da kann man mal einen Versuch wagen. Aber das sind natürlich nur so erste Startmöglichkeiten, die da sind. An sich haben wir die ganze Zeit hier mal einen starken Versuch gehabt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf das Bild ein. Sehr starke Abwärtsbewegung. Und ich höre mich noch sagen und selbst wenn ich es nicht wüsste, wüsste ich zumindest, was ich sagen würde, wenn ich sowas sehe. Wenn hier was Korrektives hochgeht, bin ich sehr gerne auf der Short-Seite mit dabei. Das wäre genau so mein Ding an dieser Stelle. Aber ihr seht schon, genau das ist eben nicht passiert. Der Markt ist eben nicht wackelig hoch. Ihr seht das, der ist sehr steil hoch und dementsprechend gab es hier eigentlich keine Möglichkeiten, sinnvoll hier auf der Short-Seite sich unten triggern zu lassen. Also das ist sicherlich nicht verwechslungsgefährdet. Insofern, ja, eine schöne Idee mit der Short-Seite. Die Marktteilnehmer wollen es aber nicht. Na gut, müssen sie ja auch nicht. Da ist ja keiner zu gezwungen. Allerdings bleibt die Chance, dass wir früher oder später mal einen Rücksetzer bekommen, natürlich bestehen. Aber ich will nicht auf der Idee rumreiten, denn solange der Markt keine Ansätze dafür macht, scheint die Long-Seite ja nach wie vor die bessere, die richtige zu sein. Und ja gut, solange bleibt man dann halt eben gerne auf der Long-Seite dann eben mit drauf. Für die Dow-Titel ist das auf jeden Fall erstmal was Schickes. Die Kurse werden weiter nach oben gezogen. Die Blue-Chips, wenn man so will, auf jeden Fall klar auf Nordkurs. Es gibt im Moment keine Anzeichen dafür, dass sich das in irgendeiner Form ändern sollte. Wie sieht es bei den Kollegen aus? S&P 500. Naja, der Rücksetzer, der bleibt die Idee. Und ich hatte gestern mal angedeutet, guckt mal auf diese Tageskerze. Wird die vielleicht am Ende des Tages ein Shooting Star? Sie ist es nicht geworden. Ja, nochmal so zur Hinweis. Ja, da haben wir einen Tail auf der Oberseite. Aber Chart-Techniker messen dabei, so könnt ihr das so ganz grob abschätzen. Sie messen, ich würde messen, ich messe, die messen den Tail, der ist ja 26 Punkte, und sie messen den Körper. Und normalerweise sollte der Tail bei dieser Form der Korrektur doppelt so lang sein. Ihr seht, die sind ziemlich gleich lang. Also insofern definitiv keine Umkehrkerze. Sie wäre ja auch nicht getriggert auf der Abwärtsseite, also insofern ist das sowieso nicht das Problem. Aber, also hier hatten wir zum Beispiel eine, das wäre eine Umkehrkerze, die ist aber nie getriggert worden. Insofern, selbst wenn der Markt Angebote bekommt für, will sie nicht wenden, na, 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 sagt er, muss ich, hier habe ich kein Interesse dran. Also, spaßeshalber, natürlich ist eine ganze Menge Ernst dahinter. Der Markt kriegt Angebote für die Short-Seite. Wir hatten hier im Tageschart zum Beispiel eine, hat der Markt nicht genutzt. Hier hat er nicht mal mehr ein Short-Angebot gemacht. Nach wie vor ist allerdings eins geblieben. Die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, sieht in der Summe ganz schön korrektiv aus. Ich würde mich also nicht generell dagegen versperren, dass wir im hinteren Teil dieses Anstiegs sind. Das heißt ja nicht zwangsweise, dass danach der Kurs auf Null runterfällt. Aber wir müssen halt damit rechnen, dass das passiert. Und das ist eine Information für den Hinterkopf. Das verwirrt viele. Nämlich, du redest die ganze Zeit von Short, von Short, der Markt klettert. Ich rede nur, dass wir damit rechnen müssen. Seid darauf vorbereitet. Das heißt, vorbereitet, was muss ich dann tun? Naja, seid nicht überrascht, wenn es passiert. Entweder ihr akzeptiert einen Rücksetzer in der Größe, weil ihr sagt, nö, nö, ist doch immer noch ein bullisches Bild. Wenn es hier wackelig runterkommt, kann es ja danach weiter nach oben gehen. Dann wüsst ihr, okay, ich muss die Stop so tief setzen, dass ich einen korrektiven Rücksetzer überleben würde. Oder ihr sagt, fände ich doof, will ich nicht aussitzen, mache ich lieber eine neue Position. Dann sollte er so eng hinterhergezogen sein, dass ihr diesen Rücksetzer nicht überlebt. Also ihr schon, aber nicht der Trade möglicherweise. Und dass ihr dann gegebenenfalls sagt, okay, wenn er dann da unten war, ich sehe dann auch, dass es korrektiv ist, versuche ich da neue Einstiege wieder zu finden und komme entweder günstiger nochmal rein und so weiter und so fort. Es gibt aber nach wie vor, wie gesagt, auf diesen Zeitebenen keine Short-Anzeichen. Also obwohl ich sage, rechnet damit, rechnet damit im Sinne von, es könnte Regen geben, es sieht nach Regen aus. Ja, aber es regnet nicht. Ja, ja, muss ja nicht. Aber im Zweifelsfall habt einen Schirm in der Nähe, griffbereit. Oder lauft nicht zu sehr auf freier Fläche, dass wenn es dann wirklich losgeht oder losgeht, dass ihr dann sagt, na ja, konnte man ja erahnen, dass das passiert. Im Moment tröpfelt es aber noch nicht mal. Also insofern gibt es noch keinen Grund, hier gleich in Sorge zu geraten. Aber eine Sache deutet doch noch ein bisschen auf die Short-Seite hin und das ist im 5-Minuten-Chart. Ich mache den mal groß. Also das Ende, das, was sich hier im Tageschart verbirgt, was wir hier im 4-Stunden-Chart hier oben in der ganz oben rechten Ecke da haben, das ist das, was ich euch hier jetzt im Großen zeige. Und was ich da sehe, ist immerhin eine relativ starke Abwärtsseite, immerhin eine Bewegung, drei wähle ich übrigens runter und danach noch mal nach oben, die im Wesentlichen korrektiv aussieht und vermuten lässt, wenn der Kurs sich hier nach unten absetzt. Stichwort, das Tief, 27. September, also heute Vormittag, 10 Uhr. Das Tief wäre ein Trigger. Ein Beispiel, vielleicht ein bisschen arg weit weg, aber, dass wir zumindest mal das bekommen. Und wir haben ja in Erinnerung, dass es gerne auch mehr sein darf. Also gar nicht mal aus Boshaftigkeit, sondern gerne auch mehr sein darf, weil der Markt eben eine überfällige Korrektur hat, die dann locker auch hier in diese Zone, hier irgendwo, von mir aus, merkt euch so ganz grob, hier die Hochs aus dem Anfang September als erste Unterstützungsmarke, als erste Zielmarke, das ist so 5.670. Wenn ihr auf den Index guckt, das ist jetzt hier der S&P 500 Future. Wenn ihr auf den Index guckt, könnt ihr euch an diesen Hoch so ein bisschen orientieren als Zielmarke. Das wäre durchaus drin. Und ein Trigger hier hat das Potenzial, weil die Bewegung schon sehr lang gelaufen ist, weil das hintere Ende hier schon ganz schön korrektiv, also ermüdend aussieht, weil der 5-Minuten-Chart eine entsprechende scharfe Abwärtsbewegung und noch übersichtliche Aufwärtsbewegung hat, dass damit diese Bewegung losgeht. Vorsichtig! Ich will ausdrücklich sagen, ich behaupte nicht, doch, doch, das geht jetzt runter. Denn die Alternative ist, das ist die erste Welle, das ist die zweite Welle. Jetzt sind wir hier irgendwie tapfer auf dem Weg nach oben, machen wir mal ein Päuschen, weiter auf dem Weg nach oben, machen wir dann ein Päuschen und so weiter und der Bullenmarkt geht weiter. Das ist realistisch. Das Tolle ist, bei dieser Idee durchstoßen wir aber nicht das. Das ist der Grund, warum der Trigger in dem Fall so spannend ist, weil wir eine realistische Chance haben, an dieser Stelle zu erkennen, ja Moment mal, dieses Szenario, warum geht er denn da nochmal runter? Das geht nicht. Also, versteht die Händlerüberlegung immer so, dass ihr euch mit mehreren Szenarien beschäftigt und dann überlegt, ja aber dieses Szenario oder noch höher, da passt es nicht, wenn er das durchstößt. Beziehungsweise, dieses Szenario oder noch tiefer, da passt es nicht dazu, dass er sich hier weiter erstmal nach oben vorzieht. Vielleicht später dann schon, aber jetzt erstmal dann nicht mehr. Also ihr seht, ihr könnt zum Beispiel an so einer Bruchmarke, wenn er sich derer nähert, ist das gefährlich. Wenn der Markt korrektiv runterkommt nur, ist es erstmal nicht gefährlich. Für dieses Szenario hier unten wäre es sehr typisch, dass so ähnlich wie die Bewegung hier vorne, dass da hinten nochmal weiter geht. Das ist eigentlich sogar ein relativ mustergültiges Verlaufsverhalten hier, denn ihr seht, wir haben einen relativ starken Anstieg, wir haben eine klassische A, B, C, wir wissen, dreiwellig ist so eine Geschichte und das, was vorne ist, passiert hinten gerne nochmal. Also das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich, dieses Verlaufsmuster. Und genauso, wie wir das hier jetzt hatten, ist es realistisch, wir gehen steil runter, A, B, C nach oben und wir gehen nochmal nach unten. Dieses Muster sagt eigentlich nicht mehr als quasi das, was wir da haben, hier hinten nochmal. Und dann wird hier neu verhandelt, ob der Markt nicht doch wieder nach oben geht oder doch nach unten. Das kann man an der Stelle nicht sagen. Das sagt auch kein Beweis, wenn er hier durchgeht, dass das passiert, denn wenn es ein Dreiweller ist, ist korrektiv und der Markt kann danach nach oben gehen. Wenn ich aber hier in Short-Position zum Beispiel eröffne und der Markt das Mindestziel hier sieht, kann ich sagen, okay, ich versuche den Stopp schon mal hinterher zu ziehen, vielleicht in Plus, Minus, Null, vielleicht auch noch ein bisschen ins Minus. Wenn er umdreht, habe ich kaum Risiko. Wenn er aber wirklich fällt, bin ich voll mit dabei. Wenn er aber umdreht, wie gesagt, dann werde ich halt Plus, Minus, Null oder von mir aus auch noch mit einem kleinen Restminus ausgestoppt, wo ich aber sage, der Versuch war es wert. Also ihr seht dieses Verhalten, das gibt es übrigens in allen möglichen Größenordnungen. Hier seht ihr so ein kleines Beispiel. Ihr habt es gesehen, hier auf der Seite kleiner, scharfer Anstieg, wackele ich runter und so weiter und wieder in die Gegenbewegung. Also insofern haben wir hier erstmal ein Verdacht auf, im Kleinen bereitet sich was vor, aber es ist im Moment nur der Verdacht. Bitte geht jetzt nicht, Mensch, wenn der Rüdiger mit seiner vollen Haarpracht, das scheint ja ein alter Mann mit Erfahrung zu sein, wenn der jetzt sagt, dieses Muster ist realistisch, dann gehe ich doch jetzt schon short. Nee, 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 nee. Die Bestätigung ist relevant. Nicht hier oben, also natürlich könnt ihr hier oben, aber dann sind die Trefferquoten schlechter, weil wir die Bestätigung nicht haben. Allerdings wäre das Chance-Risiko-Verhältnis besser, weil ihr vielleicht, je nachdem wie ihr stoppt, vielleicht nur so viel riskiert, aber so viel gewinnen würdet. Dann müsst ihr aber damit rechnen, dass ihr bei diesem Ansatz viel häufiger negativ seid. Aber natürlich viel häufiger mit einem kleinen Minus. Ich mag gerne Bestätigung, zugegeben, die ist relativ weit weg. Die finde ich jetzt nicht mega toll. Worauf ich gerne jetzt gucken würde, wäre, wenn der Markt hier auf dem Weg abwärts nochmal dieses Muster im kleineren nochmal zeigen würde, dann hätte ich doch noch schönere Chance, Risiko-Verhältnisse, ähnliche Mindestziele, aber theoretische Chance immer noch auf diese weiten Ziele. Jetzt macht der S&P natürlich ungern was alleine. Wahrscheinlich wird der Nasdaq ein bisschen ähnlich unterwegs sein und ihr erahnt es schon, so sieht es aus. Auch hier ist das eine Umkehrkerze. Messen wir es nochmal schnell nach. Machen wir eine kleine Übung. Der Körper. Messen wir erstmal den Kerzenkörper hier. Der hat 104 Punkte, also 208 sollte idealerweise der Tail sein. 191. Na gut, also für die Hardcore-Trader, die sagen, naja, doppelt ist doppelt. Dann ist das nicht passend. Es ist aber immerhin schon deutlich näher an einer Umkehrkerze. Ich persönlich mag es gerne, wenn es dann wirklich doppelt so viel ist. Ich würde aber jetzt auch nicht mich, hätte ich fast gesagt, im Grab umdrehen, wenn man dann sagt, okay, das ist eine Umkehrkerze an der Stelle. Aber wir haben ja noch nicht mal die Notwendigkeit, uns auf dieses Ding hier zu verlassen, Sondern wir können ja ebenfalls, so ähnlich wie wir das eben angesprochen haben, hier möglicherweise erkennen, okay, haben wir nicht hier eine ähnliche Situation? Starke Abwärtsseite, eine wackelige Aufwärtsseite und ein Trigger hier. Ihr seht übrigens, hier hatte man eine ähnliche Situation. Starke Aufwärtsseite, Korrektivmuster und nochmal die Fortsetzung. Ihr müsst nicht alles davon handeln. Also, ihr müsst ja sowieso nicht handeln. Aber wenn ihr zwischendurch etwas seht, wo ihr sagt, aber Mensch, das sieht doch jetzt eigentlich klasse aus. Gestern vielleicht, das ist ein bisschen arg kurz jetzt hier im Fünf-Minuten-Chart. Schub hoch, wackele ich runter. Ich glaube, da haben wir sogar gestern kurz drüber gesprochen. Aber das sind ein bisschen wenig Kerzen, wenn man ehrlich ist. Aber wenn ihr so etwas seht und ihr sagt, Mensch, aber das sieht doch eher nach der Longseite aus, dann habe ich noch eine Umkehrkerze hier am Mittag gehabt. Ich mache noch mal alles weg. Eine Umkehrkerze, wo ich mir eine Umkehrkerze rechnen würde, dann kann man das durchaus versuchen. Umkehrkerzen alleine reichen aber nicht. Wer hier zum Beispiel gesagt hat, klasse, da war eine Umkehrkerze, bin ich da long. Denkt immer dran, den Stopp ein bisschen hinterher zu ziehen. Oder aber ihr seid ganz frech und sagt, ich lasse den Stopp da unten, setze mein Target da oben hin und gucke mal, ob das nicht als Fire-and-Forget-Trade geht. Aber denkt immer dran, dreiwellig oder irgendwas mit Kursüberschneidungen ist eigentlich nicht die Haupttrendrichtung und müsste sich eigentlich in die vorangegangene Richtung, gut, das ist jetzt nur der zweite Teil hier, also insofern nicht ganz passend, aber müsste sich noch mal in die andere Richtung fortsetzen. So, aber jetzt gehen wir wieder aufs echte Geschehen. Verdacht, dass wir hier, alles, was wir hier haben, ein Korrektivmuster in irgendeiner Form ist und das Bild, was wir beim S&P hatten, da war es sogar eigentlich noch schöner, dass sich das hier im Prinzip genauso widerspiegelt. Verdacht, das Zwischentief ist nicht mehr so arg weit entfernt, hier von heute Morgen 10 Uhr, kurz vor 10, dass das ein Auslöser ist für eine weitere Abwärtsbewegung. Nicht ganz so schön ist, dass hier die Bewegung sehr korrektiv ist. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn sie so schön sauber ist wie hier, aber ein Versuch wäre durchaus nachvollziehbar an der Stelle, denn wir haben nach wie vor eigentlich eine Korrektur sehr realistisch, die uns bis dahin führt. Aber rechnet damit, dass das nicht zwangsweise immer ins Ziel geht, sondern rechnet nur damit, okay, es sieht aber auf jeden Fall im Moment hier nicht nach der Long-Seite aus, sondern es sieht aktuell bei den Tag-Titeln beim S&P und beim Nasdaq eher danach aus, als ob wir vielleicht diese Pause tatsächlich fahren, die man beim Joe Jones im Moment noch überhaupt nicht sieht, denn den zieht es immer noch nach oben. Wie sieht es beim Russell aus? Das sind ja so ein bisschen die Nebenwirkungen, äh, Nebenwirkungen, die Nebenwerte hier, Russell 2000. Da haben wir ja gestern schon gesprochen, er ist zumindest mal in die Nähe gekommen. Das ist dann die Frage, wie sauber man da argumentieren will. Das müssen wir noch mal klar machen. Es ist ganz klar korrektiv. Es war ein bisschen zu hoch, um die 38er exakt zu berühren. Man kann aber sagen, okay, wir sind zumindest mal hinreichend in die Nähe gekommen. Das überlasse ich dann euch, ob ihr dann sagt, nee, er hat nicht berührt, also zählt es nicht. Oder ob ihr dann nicht sagt, okay, Verdacht auf Long und wenn ich jetzt eine Aufwärtsseite habe, die verhältnismäßig stark ist und verhältnismäßig schwach dagegen wackelt, dass man da die Long-Seite nimmt. Wer mich kennt, weiß, das war mir vom Rücksetzer zu tief. Ich bin da mal ein bisschen mit der 78er Marke. Aber vielleicht ist das kein Trade, aber es wäre ein Filter, wenn ihr also einen Handelsansatz habt und sagt, Mensch, Russell, ich würde gerne irgendwas machen. Ich kriege auch ein Signal. Der Markt gibt mir ein Long-Signal, solange eine Seite sehr stark ist, die andere sehr schwach, ihr sowieso davon ausgeht, dass irgendwo in diesem Umfeld hier ein Tiefpunkt ist, nach einer Korrektur davor eine starke Bewegung, dann scheint die Aufwärtsseite ja nicht die allerschlechteste zu sein. Also das vielleicht als Filter dann zu benutzen, vielleicht dann in dem Fall nicht so sehr als ein Trading-Signal, es sei denn, ihr sagt, Nö, das ist für mich hinreichend. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie stark ihr das definiert. Für mich, wie gesagt, in diesem konkreten Fall wäre es jetzt nichts, weil der Rücksetzer unter der 78er wäre, also dieser Rücksetzer und das ist mir dann eine Stufe zu niedrig. So, und der DAX? Der DAX hat auch noch diesen Rücksetzer nicht gemacht. Ihr erinnert euch, ich hatte ja vor wenigen Tagen noch gesagt, naja, eigentlich wäre mir dieses Szenario ganz lieb, weil das eigentlich als Korrektur noch nicht so schön aussah. Haben wir schon gestern gesagt, das scheint eher durch zu sein. Und ich sage mal, jetzt ist dieses Szenario natürlich, also, dass er das jetzt noch macht, das ist jetzt nun wirklich nicht mehr sehr typisch. Aber nichtsdestotrotz, diese Strecke ist ja immer noch unkorrigiert und früher oder später braucht sie eine Korrektur, aber es gibt noch keine Anzeichen. Nicht im Wochenchart, nicht im Tageschart, nicht im Vierstundenchart, keine Anzeichen, null, nix, nada. Also, ich kann noch so sehr sagen, das täte dem gut, das wäre realistisch, wenn es, das ist zwar gut, aber solange er diese Anzeichen nicht macht, was soll ich da machen? Was wären denn Anzeichen? Starke Abwärtsbewegung. Vielleicht sogar so was wie hier, aber dann korrektiv nach oben, hat er aber nicht gemacht. Es gibt ja quasi keine, auch hier ist stark abwärts, okay, aber auch wieder stark aufwärts. Also ihr seht, es gibt im Moment zwar gute Gründe für einen Rücksetzer, aber die macht er nicht. Das ist ein starkes Zeichen. Dann muss ich ja nicht auf der Short-Seite dabei sein, sondern solange das passiert, haben wir gestern schon angesprochen, sind Korrektive, sind wackelige Rücksetzer, mögliche Einstiege. Denkt immer dran, dreiwellig ist klassischerweise eher korrektiv. Also wenn ihr eine starke Seite habt, was dreiwelliges, habt ihr zumindest den Filter Freigabe eher für Long. Also wenn ihr das nicht gut auseinanderhalten könnt, hier an manchen Stellen geht das nicht. Wenn ich mir das angucke, ist das korrektiv oder impulsiv? Wir hatten hier eine Gegenbewegung und wir hatten hier eine, die ist überschneidend, überschneidendes Korrektiv, also vorläufig weiterhin Long. Er lässt so ein bisschen an Schwung nach. Man hat hier den Eindruck, es ist nicht mehr ganz so dynamisch wie da. Man darf aber nicht vergessen, wir haben jetzt Wochenende. Ich würde auf dem DAX jetzt heute vor dem Wochenende jetzt auch nicht mehr so arg viel geben, denn der Index ist jetzt fast im Feierabend und die Amerikaner, mal gucken, was sie jetzt noch machen oder ob man nicht jetzt sagt, komm, wir einigen uns jetzt auf ein Niveau vor dem Wochenende und dann wird nach dem Wochenende da weitergemacht. Also ich glaube, den DAX jetzt kurz vor dem Wochenende würde ich jetzt auf den kleinen Schienen nicht mehr handeln, wer im Großen noch Long ist. Es gibt trotz dieser Möglichkeit null Verdacht im Moment, dass sich das ausspielt. Also die Bullen weiterhin am Drücker, insbesondere Dow Jones, insbesondere Russell und insbesondere auch beim DAX. Fraglich, mit Fragezeichen, S&P und Nasdaq, dort habe ich den Eindruck, ist die Bereitschaft für diese mögliche Pause relativ groß. Der erste Grundstein im 5-Minuten-Chart ist gesetzt, da vielleicht eine Position entsprechend zu eröffnen oder aber gegebenenfalls schon die, ja, also auf einer kleinen Ebene zu öffnen, dann aber vielleicht sogar drin zu bleiben und die ein bisschen weiter laufen zu lassen. So, ich hoffe jetzt, dass ihr ein wunderbares Wochenende habt, dass ihr das Beste aus dem heutigen Tag noch Handelstag noch macht. Wünsche euch jetzt erstmal alles Gute für eure Handelsentscheidung. Nächste Woche sehen wir uns wieder, dann in alter Frische. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.